Musik 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 Wart mal Ich gebe dir jetzt mal das 50 Ich kann die nicht halbieren Ist egal Wart ich gebe dir noch mal bisschen was Ich bin jetzt unten Ja Mit oben rum Das heißt du meinst wir brauchen Erst einen Holztisch um das Ich habe jetzt gleich Das Eisen brauchen wir 8 Holz und 2 Eisen 2 Eisen Ok wir haben kein Eisen Ja bauen wir uns jetzt einfach gerade nach unten Ok Hast du welche von den Holzklappen Ich baue mir jetzt welche Ja Ja Wo sind sie Wo sind sie Wie viele brauche ich da was glaubst Weiß ich nicht Ich habe jetzt mal 27 Tschüss Tschüss Holzwand Holzwand habe ich doch noch Na toll bloß noch eine Juppa Äh holzwand So Stein Was Was Ich habe Stein gefunden Ah ok Ich baue hier mal unser Haus aus Ich baue hier mal unser Haus aus Weil dann geh ich Weil dann baue ich hier Weil dann baue ich hier So Ja Ok da kommt man noch hoch Da kommt man nämlich rüber Ich glaube ich finde hier nichts Ok Ja Oder was ist das da oben Nur ganz wenig Ja Eisen findest du glaub nicht sehr viel Auf einmal Doch die scheiß Klappe einfach Oh So So Guck mal Jonas Ja Ich Die Klappe muss ich wieder abbauen Oder Ich bin grad zu blöd Lol der rechts ist hell Sehr gut Jonas Ja Hallo Zweiter Stock Ja Ach Ich wollte ja das Eisen abbauen Komme ich da jetzt wieder runter Äh Wie du da runter kommst Ja Einfach runter gehen Geht schlecht Warum Warum Weil Ich kann ja nicht durch die Klappen Durchfallen Ja Dann musst du nochmal eins daneben bauen Dann musst du nochmal eins daneben bauen Dann müssen wir zwei breit Ja Ja Genau Ja 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 okay Ja okay Ja okay Ich glaub wenn wir mal ein bisschen zu offline spielen Dann ist es wahrscheinlich schon anders mal würde ich sagen oder Ja 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 Ich glaube ich habe eine Justrupe Ja Hallo was kein Eisen Scheiße Ey warum baust du die Dinger ab Welche Dinger du hast jetzt die 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 klappen da weggebaut wenn ich sonst nicht durchkommen muss alle auf gleiche seite setzen das packt irgendwie voll rum mit dem klappen setzen keine ahnung wieso ein wenig schwierig ich muss auf jeden fall gleich holz fahren gehen jetzt habe ich die tür kaputt gemacht und setzt die blöde klappe dahin ok die tür geht wieder jetzt die blöde klappe dahin ich mich verarschen setzt die blöde klappe dahin so mein holz aus ne ein holz habe ich noch so ich komme auch mal rum die bahn und glaube ich da kommt die bahn und warum wollte ich so ein scheiß grad ich hab pülze dazu erwarte warte 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 ich muss die klappe setzen warte jetzt so dass den stein da wieder nicht abbauen ja wo die klappe dran ich glaube ich liebe leute ich bin ja eigentlich falsch an ja ja echt ja wirklich ja ja jolo scheiße wie kann man das verhindern gar nicht du musst immer auf den blöck auf diesen dingen landen oder unten ist wasser auf den klappen oder es ist wasser da was halt hier anders ist bei terraria die items gehen halt nicht kaputt also die bleiben immer erhalten ich hab alles bekommen bitte ja ich war ja nicht unten ich baue mich mal weiter runter ja ja wir können ja gleich zu zweit runter bauen hm ne ne ich geh holz fahren jonas wenn jetzt schon tag ist ja so so aber ich gehe in wie macht man die tür ich habe kein holz ich habe nicht genug holz für eine tür klasse so ich mache es einfach mal mit dings zu so oh gott sind da viele klops klops hoch springt denn der wille ich sehe dich jonas und irgendwie kann man glaube auch eine map aufrufen aber ich weiß nicht wie so du kannst du keine mini map ne ne du musst du in der einstellungen an machen dann muss ich jetzt raus dafür ja ja ja